Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Mit diesem Video beginne ich eine neue Videoreihe und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Otto. Wir schauen uns heute mal an, wie die Schritt-für-Schritt-Anleitung der Registrierung abläuft. Natürlich klären wir zuvor die Frage, lohnt sich überhaupt der Verkauf auf dem Marktplatz Otto? Welche Voraussetzungen muss man als Händler erfüllen, um überhaupt auf Otto verkaufen zu dürfen? Und welche Gebühren und Provisionen verlangt Otto von uns? Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei, es lohnt sich auf jeden Fall. Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal einen Blick drauf werfen, was uns hier der Marktplatz Otto zu bieten hat. Er ist wirklich verhältnismäßig neu im Verhältnis zu Amazon oder Ebay. Erst seit 2020, April genau gesagt, besteht Otto als Marktplatz für andere Händler, die sich hier registrieren dürfen. Um ihre Produkte anzubieten und diese zu verkaufen. Ich bin erst seit letztem Jahr dabei und war wirklich begeistert, welche Umsätze hier möglich waren. Dementsprechend habe ich gesagt, ich fasse das Ganze als eine Videoserie zusammen und gebe euch das Ganze als Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand. Falls du dieses und andere Themen rundherum und E-Commerce und erfolgreich verkaufen im Online-Handel nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt schon mal diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieses Format gefällt, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir können uns hier als eine Community stärken und unterstützen. Dann lasst uns mal auf der offiziellen Seite von Otto Market anschauen, womit wirbt hier Otto eigentlich. Und zwar, Otto hatte über 11 Millionen aktive Nutzer. Und das ist wirklich eine Ansage. Die haben wirklich auch faire Gebühren im Verhältnis zu anderen Marktplätzen. Bis zu 10 Bestellungen pro Sekunde soll Otto hier auf dem Marktplatz generieren und die Produkte kann man einfach online verkaufen. Okay, das kann ich wirklich bestätigen, denn das ganze Prinzip funktioniert hier genauso wie auch bei Amazon. Otto hat einen eigenen Katalog, an den man sich anhängen kann von Otto selbst oder anderen, die das erstellt haben. Hier kann man sich mit der ERN-Nummer anhängen und dementsprechend gleiche Handelswaren auch anbieten. Nun, dann lasst uns mal die Grundvoraussetzungen anschauen, die ihr hier als Händler erfüllen müsst auf dem Marktplatz Otto. Ihr müsst eine deutsche Unternehmensrechtsform haben, egal ob Einzelunternehmen, GmbH, Kapitalgesellschaft. Es muss ein Firmensitz in Deutschland sein. Eine Kleinunternehmerregelung kann auf dem Marktplatz Otto nicht angewendet werden. Ihr müsst Umsatzsteuer ausweisen auf euren Rechnungen. Das Unternehmen muss eine Umsatzsteuer-ID beinhalten. Ihr dürft nur an Endkunden verkaufen. Ihr müsst einen deutschsprachigen Kundenservice bieten. Und ihr dürft auch nur aus deutschen Warenlagern verschicken. Genauso müsst ihr die Mehrwertsteuer auf euren Rechnungen von 19% ausweisen. Die ermäßigte Steuersätze von 7% dürfen hier nicht ausgewiesen werden. Das sind schon mal die Grundvoraussetzungen. Des Weiteren haben wir hier Anforderungen an den Versand- und Retourenprozess für Paketware. Ihr dürft nur folgende Versanddienstleister benutzen, und zwar DHL, GLS oder Hermes. DPD und UPS können lediglich nur für den Hinweg versendet werden oder angewendet werden. Denn es ist bei Otto so, dass ihr auch Paketware mit Sendungsnummer für den Retourenweg schon übermitteln müsst. Das bedeutet, wenn ein Kunde was gekauft hat, bekommt er direkt schon mal ein Retourenlabel, um es, falls er das wieder ruft, zu retournieren. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft auch keine Staffelversandkosten nutzen, was auch sehr wichtig ist. Gucken wir uns mal die Anforderungen für Produkte an. Und zwar müssen alle Produkte 19% Mehrwertsteuersatz beinhalten. Wie schon gesagt, 7% können auf dem Marktplatz nicht angeboten werden. Alle Produkte brauchen eine ERN-Nummer. Wie auch schon bereits gesagt, Otto hat nämlich einen Katalog, wo viele Produkte schon gelistet sind. Und ihr könnt euch an das Listing quasi wie bei Amazon anhängen, um hier eure Produkte anbieten zu können. Und es dürfen nur ausschließlich Neuware angeboten werden. Folgende Kategorien sind auf Otto vertreten und dürfen angeboten werden. Und zwar Drogerie, Einrichtung, Wohnen, Fashion, Lifestyle, Gartenheimwerken, Gesundheit, Sport, Freizeit, Technik und Medien. Zu den einzelnen Kategorien werden wir uns gleich nochmal die Gebühren anschauen. Davor möchte ich hier nochmal kurz drauf erwähnen. Und zwar könnt ihr natürlich auch eigene Private Label Produkte anbieten. Also Produkte, die ihr selbst produziert. Jedoch müsst ihr hier bei der Produktion auch auf gewisse Punkte achten. Das möchte ich nur kurz ansprechen, denn bei der Produktion dürfen verschiedene Inhaltsstoffe oder auch Materialien nicht verwendet werden. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, der hier Ware produzieren möchte und auf Otto anbieten möchte. Gehen wir mal hier auf Sortiment. Da werden uns die Provisionen und Gebühren angezeigt. Also, wir schauen uns mal an Drogerie. Wir haben hier von 10 bis 15 Prozent. Wir haben hier bei Einrichtung Wohnen alles 15 Prozent. Wir haben hier Fashion, Lifestyle von 14 bis 18 Prozent. Aber auch das ist verhältnismäßig zu Amazon recht günstig. Bei Uhren weiß ich Amazon 20 Prozent Schmuck genauso. Also, dementsprechend ist das recht gut und so weiter. Ihr könnt euch eure Kategorie mal anschauen, welche Prozentsätze hier für euch beinhaltet sind. Lass uns mal nochmal einen Blick drauf werfen, welche Grundgebühren wir denn zahlen müssen. Eine Grundgebühr von 39,90 Euro pro Monat wird anfallen, egal ob ihr was verkauft oder nicht. Was verhältnismäßig normal ist, bei Amazon wird das genauso abgerechnet. So, des Weiteren schauen wir uns hier den Anmeldeprozess an. So weit, so gut. Die Anmeldung ist eigentlich sehr simpel. Ihr gebt hier eure Daten an. Ich werde das jetzt nicht tun, weil ich bereits schon registriert bin. Firmenname, Rechtsform wählt ihr aus als Einzelunternehmen ohne Registrierungs-Handelsregister-Eintrag. Das wird viele betreffen. Ihr müsst diesen Punkt natürlich wählen. Dann Firmensitz selbstverständlich Deutschland. Anders geht es nicht. Umsatzsteuer-ID. Dann wählt ihr hier Kategorien aus, die ihr anbieten möchtet. So kann Otto direkt prüfen, ob ihr das anbieten könnt oder nicht. Habt ihr einen Online-Shop? Nutzt ihr eine Anbindung? Eine Schnittstelle? Und so weiter. Gebt ihr diese Daten an und meldet euch an. Ich habe hier mal einen Schritt-für-Schritt-Prozess aufgerufen, den ihr euch auch selbst anschauen könnt. Alle Informationen unten, wie immer in der Videobeschreibung. Schaut es euch an. Und zwar haben wir ja diesen Prozess schon jetzt abgeglichen. Des Weiteren werdet ihr dann Zugangsdaten bekommen für den Otto Partner Connect. Das sieht so aus, dass ihr euch hier registriert und dann kommt ihr hier auf die weiteren Prozesse und weiteren Schritte. Und zwar müsst ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Das funktioniert mit Google Authenticator oder Free OTP Authenticator. Ich nutze den Google Authenticator. Dementsprechend funktioniert das recht gut. Und als nächstes müsst ihr hier Firmeninformationen angeben. So. Ihr gebt nochmal alle Firmeninformationen genau an. In der Regel werden die vielleicht schon stehen von dem ersten Formular, was ihr ausgefüllt habt. Wenn nicht, müsst ihr das natürlich auch noch ausfüllen. Weil manche Angaben sind dann auch für andere Stellen notwendig, die Otto hier von euch anfordert. So. Angaben zum Verkäuferinformationen. Und zwar gebt ihr hier E-Mail-Adressen an. Für Rechnungsempfänger, für Impressum, für Kundenanfragen und so weiter. Das ist auch sehr wichtig. Alles korrekt und richtig ausfüllen. Des Weiteren bekommt ihr hier einen Vertragsabschluss mit Otto. Ihr schließt nämlich mit Otto einen Vertrag für die Plattform als Marketplatz. Und müsst hier natürlich die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und dieses dann dementsprechend hier alles bestätigen. Als nächstes müsst ihr hier die Otto Payments anbinden. Otto bietet hier gute Zahlungsmöglichkeiten. Alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, viele Kunden anzusprechen mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern. Auch hier müsst ihr die jeweiligen Bedingungen akzeptieren. Und die Daten dementsprechend hier an Otto übermitteln. So. Als nächstes kommt dann der Durchlauf der Legitimationsprüfung. Und dieser Prozess, wenn ihr es soweit geschafft habt, dann heißt es nur noch warten, bis Otto alles akzeptiert und geprüft hat. Denn wie schon gesagt, Otto prüft hier jeden Fall einzeln und individuell und entscheidet hier durch verschiedene Risikoeinschätzungen und Bemessungen, ob sie euch als Händler zulassen oder nicht. Ihr könnt mal gerne, wenn ihr euch registriert habt und diesen Prozess durchlaufen habt, mal schreiben, woran es bei euch gescheitert ist oder ob es bei euch ganz einfach funktioniert hat ohne Probleme. Das würde mich interessieren. Schreibt dazu gerne einen Kommentar. Ich habe übrigens auf diesen Prozess sehr lange gewartet. Ich muss ungefähr sagen, ich habe mich angemeldet und dann waren es bei mir etwa zwei Monate. Otto sagt hier, dass das Ganze bis zehn Werktage dauern kann, um den Status der Legitimationsprüfung abzuschließen. Und dementsprechend kann es sein, dass das Ganze jetzt schon beschleunigt ist, als es im letzten Jahr noch war. So, und wenn ihr dann überall hier einen grünen Haken habt, werdet ihr dann für den Marktplatz zugelassen. Und dann seht ihr hier das Dashboard. Das werden wir im Folgevideo bearbeiten und anschauen, welche Einstellungen ihr da treffen könnt und müsst. Und dementsprechend alle Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du auch hier unten in der Videobeschreibung. Dementsprechend freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls noch Fragen sind, gerne auch dazu die Kommentarfunktion nutzen. Und sonst, wenn noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren, für keine weiteren Videos zu verpassen. Und natürlich auch einen Daumen hoch, nicht vergessen. Viel Spaß bei diesem Anmeldevorgang. Ich hoffe, das Video war hilfreich und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.